Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Wenn seine Knoten mit dem Blut durch... ...gedrängt waren... Was? 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 Okay, wir machen eine Episode... ...der jetzt nächsten Mensch. Warte. Hey Shell, deine Schwester ist ziemlich gut, oder? Becca hatte eine gute Lehrerin, Steph. Danke, dass du das machst. Sie braucht etwas zu fokussieren, außer, du weißt, alles andere. Ja. Growing auf in einer Welt wie dieses... ... was du denkst, dass das für ein Kind ist? Sie ist bereits verändern. Sie verraten Dinge, die sie so schnell überlebt. Ich denke, du musst, wenn du so viel hast, aber... ...ich immer schrecklich. ...Becca ist ein guter Kind. Diese sind schrecklich. Und sie wird überlebt. Aber wenn wir sie auszupassenen... ...einhalb der schrecklich, die ich gesehen habe... Danke, Stephanie. Danke. 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 Okay, ich zeige die Schatten. Ich schaue die Schäden. Nein, ich will nicht, dass du sie mit ihnen messen willst, wenn wir in Gefahr sind, ok? Ich werde sie später beobachten. Alles klar. Shell, wenn du eine Sekunde bekommst, gehst du mir zurück. Hilf mir, die Schäden zu feeden. Natürlich. Hast du nie gehört, was da passiert? Nein. Roman sagte, es war so, als er und Stefanie den Platz gefunden haben. Es könnte jetzt alles sein, doch. Aber trotzdem. Es ist besser, nicht darüber zu denken. Ech, diese Schäden seien ziemlich raschig. Keine Worte, sie sind auf unserer Liste. Wie machen wir mit der Schäden? Das ist besser, als wir gedacht haben. Wir haben noch nicht versucht, diese Schäden für eine lange Zeit. Ihr braucht Hilfe? Nein, wir haben das. Right, Becca? Du gehst und helfen Roman zurück. Huh. Es ist noch eine kurze. Wir haben noch nie den anderen Flaschlight? Nein. Es ist noch in der Kornfeld irgendwo, ich glaube. Was? Nichts. Was Roman wollte Roman? Ich weiß noch nicht. Willst du herausfinden? Ja, in eine Sekunde. Der Kornfeld sah dann ziemlich schön aus. Das war, weil sie Menschen bezahlen, um es zu schäden. Es gab auch nicht so viele mittenen Besucher damals. Es sieht wunderschön aus hier, ohne die Schäden. Na ja, Boyd wollte etwas, um seine eigenen Bilder zu schäden. Ich glaube, es wird hier eine persönliche Galerie sein, wenn er fertig ist. Vielleicht. Vielleicht. Kann ich hier... Hä? Wie... Wie... Ich will... Ah, okay. Aber ich hatte hier noch irgendwas... Kasse. Hey, Becca. Ich glaube, wir sollten die Inspektionen starten, die wir machen. Oh ja. Dann können wir alle unsere Geld in keinem Geld spenden. Ja. Möglich. Wir sollten diese Inspektionen machen. Wir müssen sicher, dass sie alle funktionieren. Gott, was würde ich nicht für einen Kaffee in der Morgen geben. Oh ja. Kaffee. Würde ich bei einer Zombie-Apocalypse so vermissen, ey. Das hat nicht funktioniert in lange Zeit. Es schmeckt gut. Die nächste Mal, wenn wir in die Suppe sind, muss ich auch noch ein Lichtblätter suchen. Ich bin glücklich, dass wir unsere Wasserbottel haben, bevor es rauskommt. Muss ich da lagen? Ich weiß es nicht. Oh. Ich beginne mit einem gartigen Ort hier. Dank Gott, dass wir jetzt einen Garten haben. Ja. So ein Garten ist richtig wichtig. Ich vermisse nicht, auf Reisen für diese Dinge zu gehen. Oh! Du hast mich schraubt! Er ist hau. Ich glaube, er weiß, dass es Zeit ist. Ich fühle mich schlecht für ihn. Ja. 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 Wir haben einen Weg gefunden, um ihn zu sein. Wir wissen. Ihre Frau sagt, dass du das nicht interessiert. Roman. Wir haben darüber gesprochen. Bekka braucht es nicht mit diesem Thema. Ich weiß, dass du sie eine einfache Leben ist, was es besser ist. Aber es ist wirklich nicht. Ich weiß. Ich möchte sie einfach ein bisschen mehr Zeit für ein Kind. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie sie sich schützen kann. Ich will nicht, wie sie sich schützen kann. Ich will nicht, wie sie sich schützt. Ich will nicht, wie sie sich schützt. Was ist das, Ethan? Ich weiß nicht. Ich werde es schauen. Ich muss zurück nach vorne kommen. Ich freue mich auf dieses Zutaten. Die Übersetzungen hier, ne? Es sind ja echt... Okay. Was ist der? Oh, ein Hund. Ne. Was ist das? Doch. Ne. Hä? Ist das ein Hund? War das ein Hund? Oder was war das? Ich habe es nicht wirklich erkennen können. Ich habe es nicht wirklich erkennen können. Okay. Das war wie es aussieht. Der sie ist ein Hund. Okay. Gut. Er sah auch irgendwie aus so ein bisschen wie so ein... Keine Ahnung, ein Hase? Eichhundchen? Das war ein ziemlich kleiner Hund. Oder er ist schon längst aufgegessen. Aber... Egal. Es war ein Hund. Oh Jesus, don't ever fucking do that again Whoa, what's your problem? I do this all the time You don't get all pissed off I'm sorry, it's It's just the watchdogs I guess they found a puppy Wasn't a baby okay A puppy? Yeah I guess it just got to me You know, it was so little You don't think about babies anymore But after a while you just kind of accept this is it Yeah I guess you kind of forget Right But then, you know, there it is You see it and you want to protect it and And now it's gone That sucks Maybe if Clive dies next, we can put him out there instead He'd make a better watchdog anyway Becca That's not good Something bad We got to find Roman Come here, everyone Shit, come on, we got to find Roman Let's not If so, care to be better Jesus Larg'em My God What did you do? All I did was put on the blindfold and bind his wrists Somebody else beat him up He already had the cuts and bruises Watchdogs caught him trying to steal supplies Is he bitten? No They didn't get that close Who is he? I got no idea I don't think he speaks English I can't believe he just snuck in It's the second break-in we've had in the last couple of weeks Last time we couldn't catch him And they got away with more medicine than we could afford to lose Well, we all know what it's like trying to survive out there He just came in here for food Is he getting a bit of a more than Morgan Freeman? Is he getting a more than Morgan Freeman? I don't know He couldn't have scouted That's right He could be part of a larger group If there were more, I think we would have seen them by now I mean, nobody travels alone by choice anymore, right? We can't take the risk of letting him go But why not let him stay? I guess that would be okay We could always use more hands Keeping the place secure Boyd, we don't need any more people here Then look at him How is he gonna... He can't even speak English This group works because we know how to communicate We can find a way for him to help Well, he's not staying here You let in a stranger And everything starts breaking down The last time we did that We lost Bree And then Vernon with that goddamn boat Vernon and the boat are the reason the group fell apart Not trusting strangers He made us beat up that guy with a mustache and steal his boat We did that I've regretted it ever since That's when our group fell apart He can't stay here I agree Keeping him here is not an option In his condition, he'd be a drain on our resources Look, we all know what we're talking about here So let's stop dancing around it We either let this guy go And take our chances Or we kill him You're right It's gotta be one or the other We're letting him go It's the only right thing to do I'm telling you We can't do that But killing him? Is that really the answer? Stephanie Boyd You two don't think we should kill him And we know where Joyce and Clive stand on the subject You're the swing vote here, Shell What's it gonna be? Oh God Leute Scheiße We have to set him free We can't He's not even armed We can't just kill him This isn't in self-defense Isn't it though? If it means he can't come back to hurt us That isn't the same thing But last time Joyce, that was a long time ago If we kill this man Then we're giving up a part of ourselves That we can never get back I'm not ready to let that go And they have just talked about the 5th episode I hope you guys know what you're doing Oh, I'll give them some food Three or four cans Just as a gesture of good faith And get them out of here I don't know if you can understand a word I'm saying But you better understand this You came this close to death today And if you ever Ever Come near this place again Or tell anybody where we are You wish you had died today Sie haben davon erzählt Wie Sie Kennys Boot gestohlen haben, Leute Tag 259 Oh Oh Do you have any fours? Nope Hast du noch 7's? Ja. Du kennst das nicht. Du kennst das nicht möglich, nicht wahr? Ach so, nach dem letzten Mal. Roman hat keine Chance. Dann sollte ich die hohe Bord hinter den Lacken. Bekka, bist du wieder rausgegangen? Oh Gott, wie gefährlich ist das? Das ist nicht gefährlich. Es gibt nichts außerhalb von slow-ass walkern. Was ist das? Wir hatten zwei break-ins bereits. Anyone könnte da draußen sein. Was wenn jemand sieht dich und folgt hier zurück? Sie werden nicht. Dammit, Bekka. Shell, ich muss mit dir sprechen. Es ist offen. Was ist passiert? Hey, Bekka. Hey. Wenn du einst, ich muss dich kommen und sprechen mit mir. Das ist wichtig. Okay. I'll be outside. You'll see me. Give us a minute. Yeah. Just don't take too long. What was that all about? I don't know. Probably not good though. Stay here. It'll be just a minute. I'll fill you in when I get back. Okay. Äh. How come no one is watering these? Ja, Wasserverschwendung. Okay. Flo. Geh ich gleich drauf ein, nach der Episode. Haha. Haha. Hmm. I don't know. I don't know if I should say anything. Please. What is it? They caught Stephanie stealing. And then trying to escape. Oh my god. What are they gonna do? I don't know. What can we do? I'll go talk to Roman. We'll figure it out. Okay. You know what we do. What happened? We caught her trying to escape. Maybe she wasn't. Maybe she just wanted to get outside these walls for a while. Ever since the incident, you've made this place feel, I don't know, oppressive? We've made it safe. She was definitely trying to escape. She had most of our ammo and medicine with her. She screwed us, Shell. All of us. And now we're in that position again where we can't keep her here and we can't let her go. You do know why I'm telling you this, right? It doesn't matter. It matters to me. You and Boyd were the ones who fought to let that guy go. Convinced us all to take that chance. Well, we did. And it was wrong. And now Boyd is dead. We're beyond the luxury of taking chances now. And I need to know that you're with us 100%. Let's talk to her first. See if we can talk some sense into her. No. She tried to sneak out and leave us without any medicine or extra ammo. She knew that could mean the death of any one of us. If we give her a second chance, she might not try to leave so quietly. You got your gun? It's in the camper. I'll give you a few minutes to put your head together. God, what do I tell Becca? That's up to you. Whatever you say, I'll back you up. Hi, liebe Kaki. I'll give you a few minutes to. Because this place isn't safe anymore. After those guys attacked us, even after we let their friend go, this place just hasn't been the same. Of course not. Roman's trying to make it better. Better? No one is happy anymore. We live like prisoners. But it's safe here. I mean, yeah, I want to get away every now and then, but I would never leave. That's crazy. Roman wants me to do it. I'm sorry. Oh, let's just get it over with. Your gun's over there. In the drawer. Alter, was ist denn mit dir? Are you okay? Do you want to talk about it? No. I don't. I just want to get it over with. Alles klar. Oh, jetzt können wir abhauen oder sie erschießen. You know, we don't have to do this. We can just go. What? We've survived on our own before. If we just go, we can be out of here before anyone can do anything about it. Are you crazy? Where would we go? There's nothing out there. As long as we're here, we're safe. The group will protect us. But for how long? I don't know. Longer than we'd survive out there. Besides, you know the rules. If we try to leave, Roman will hunt us down. We don't have a choice. This is who we are now. I don't want this to be who we are. Just let me do it then. No, I'll do it. You shouldn't ever have to do something like this. I just need a second. This really sucks. Yeah, it does. Shell, it's time. What are you doing? Shell? Shell, what the hell? Sit down. Get safe. Shell! Hey! Shell! He's safe. Don't say promise. No, he won't. What the fuck? God damn it. Einfach abhauen. Belorenes Paradies Achievement. So Flo. Wenn ich ein Anführer einer Gruppe wäre, ich hätte so viele Menschen auf dem Gewissen. Also bei einer Zombie-Apokalypse. Ähm, ich hätte wahrscheinlich auch relativ viele auf dem Gewissen, aber ich musste dann immer entscheiden so, oder ich guck dann immer, yo, ne? Wie, wie schlimm ist die Situation, oder wie, wie safe kann ich sagen, okay, der ist gut, der ist böse, etc. Ansonsten halt einfach erstmal nicht umbringen, sondern als Gefangenen halten, oder so, keine Ahnung, das klingt halt so böse. Aber in einer Zombie-Apokalypse muss man, glaub ich, so sein. Äh, und wie es aussieht, war es ein Fehler, den Typen laufen zu lassen, denn dadurch ist irgendwer gestorben und dadurch ist erstmal alles aus dem Ruder gelaufen. Alles klar. So, wenn wir jetzt noch Russell und Bonnie. Würde ich sagen, spielen wir erstmal Russell, ne? Allein die Leute, die ich nicht leiden kann. Ja, das ist was anderes. Das zählt nicht, Flo. Die haben eh keine Chance, die sind eh dann Zombie-Apokalypse. Äh, Zombies. Irgendwann. Äh. Ja, musst du gucken halt. Also, ich mein, ich würd jetzt nicht extra die aufsuchen, die Leute, und sagen, yo, euch will ich umbringen, sondern wenn man sie trifft oder so, ne? Dann kann man mal gucken. So, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein. Na.